So, wir holen uns noch die Pegasusstiefel und das Buch für das 2. Level. Und dann sind wir auch soweit schon mal durch mit den Part hier. So, ja, ja, komm. Hör auf. Und die Pegasusstiefel. So. So, damit ist das Leben auch schon mal viel einfacher. Mal einfach hier durchrennen. Jeder Gegner, der sich bewegt, kriegt ihn im Kopf. Mal gucken. War das da oben oder war das hier unten? Ach, das war da unten. Muss man so lange umwegchen? Ah, ja, dann holen wir uns hier noch gleich noch. Und zwar spreche ich gerade vom Eichstab. Eine sehr coole Waffe, muss ich auf jeden Fall sagen. Und dann geht es hier unten weiter. War es hier? Nee. Muss was war da oben? Und dann hier lang. Genau, und dann hier runter. Hier ist irgendwo später das fünfte Level oder so. Ah, können wir noch nicht wegmachen. Können wir es denn im nächsten Level, glaube ich. Oder ab dem nächsten Level. Na, das war natürlich sehr clever. Sehr schön gemacht. So, und weiter hoch hier. Gucken. Was ist denn jetzt los? Oder muss man von nebenan? Ich probiere einfach mal. Ah, ich mache jetzt einfach mal hier. Was soll's? Na, was hat er gesagt? Können wir gleich noch einen mitnehmen? Jupp. Nehmen wir auch noch eine Flasche mit. Man weiß ja nie, was alles noch passiert. Also muss ich doch von der anderen Seite ran. So, hier packen wir einfach mal eine Bombe hin. Und dann geht's ja rein. Geht's ja direkt durch. Und schon haben wir unseren Eichstab. So, jetzt hören wir noch schnell das Buch für das zweite Level. Und dann machen wir dann im nächsten Teil das zweite Level. Sehr cooles Ding, muss ich euch sagen. Und zack, in die Frone und Tod. Das läuft. Oh. Wollte ich auch nicht lang. Also müssen ich ins Wasser. Gucken, kriegen wir damit auch die Dinger tot? Jawohl. Oh, Alter, hau bloß ab. So, was haben wir hier Feines? Hm. Bin ich ja mal gespannt. Also, ich habe jetzt auch keine Pfeile oder so. Vielleicht kriegen wir die auch so tot. Aber bestimmt nicht. Ach, das ist auch schon mal da als Kacke. So. Dann gehen wir mal weiter. Ah, Hilfe! Hilfe! Mensch, warum geht's denn hier nicht weiter? Ich verstehe es einfach nicht. So, hier oben geht's dann weiter. Und dann müssen wir hier gleich wieder bei unserem Haus sein. Genau. Geht's hier einfach nach links. Aber so ist dann... So, hier finden wir später noch die Ocarina. Ja, aber das seht ihr ja dann später bei mir im Video. So, jetzt wo war die Bibliothek? Ich glaube, die war... Das Oberhaus ist ja. So. Gehen wir mal hier rein. Genau. Jetzt aber hier gegen rein. Und so haben wir das Buch. Ja, gut. Das war's dann noch erstmal von mir. Ja, ciao, ciao.